Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, lebt wie eine Prinzessin auf einem wunderschönen Anwesen und ihr Akzent macht sie einzigartig. Die Schauspielerin Sophia Vergara will aber auch schön und sexy bleiben. Ich habe das Gefühl, dass man alles nutzen muss, was es da draußen gibt, sagt sie in einem Interview. Ich meine, wenn einem das Alter nicht egal ist. Es ist nichts falsch daran, wenn es dir egal ist. Es ist nicht das Ende der Welt. Aber wenn du es tust, gibt es jetzt so viel Zeug da draußen. Doch nicht immer kann sie die Eingriffe machen, die sie gerne ausprobieren würde, so die 51-Jährige. Schuld daran sei ihr voller Terminkalender. Ich habe das Gefühl, dass ich jede plastische Operation machen werde, die ich machen kann, wenn ich bereit bin. Ich wünschte, ich hätte mehr Ausfallzeiten. Ich hätte schon Sachen gemacht. Aber weil ich vor der Kamera stehe, ist es nicht so, dass ich etwas tun und dann wochenlang in meinem Haus sitzen und mich erholen kann. Botox nutze sie hingegen schon lange. Vor allem ihren Hals und ihre Augenpartie halte das Nervengift jung. Filler habe sie hingegen noch nicht probiert. Denn ich glaube nicht an Filler, so die 51-Jährige. Ich denke, ein Filler tut gut, wenn man wirklich jung ist und ein bisschen mehr wangen möchte oder die Lippen ein wenig aufpolstern möchte. In meinem Alter habe ich das Gefühl, dass es dich nicht jünger aussehen lässt. Es wird dich fertiger aussehen lassen und ich habe das Gefühl, dass es einen nicht wirklich hochzieht. Es belastet dich irgendwie, also bin ich dagegen, sobald man ein bestimmtes Alter erreicht hat.